Ja, aber ich glaube, das Schwere kommt noch im zweiten Abschnitt. Momentan ist alles cool. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da vorne ist er jetzt. Wo läuft der denn jetzt hin? Okay, er kommt zu uns. Ich lock mal zu uns her. Ja, ja, ja. Komm, komm zu Papa. Mieser Terrorist. Hat der andere das gemerkt? Nee, der andere erscheint nichts gemerkt zu haben. Gott, ist immer mitten im Licht. Aber wir haben den jetzt. Okay, er scheint uns nicht gemerkt zu haben. Und wir haben den zweiten auch noch. Also, momentan läuft alles super. Ich kann es mir gar nicht besser vorstellen, jetzt. Jetzt müssen wir den nur noch töten. Oh, der Arme. Tut mir leid, aber du bist böse. Wenn ich mal traurig sein will, dann denke ich jetzt an diesen Moment. Ich verpasse jetzt ein... Wo ist denn das Herz im rechten... Ja, hier ist das Herz, ne? Okay, ich schieße jetzt mitten ins Herz. Tut mir leid. Er ist tot. Okay, jetzt dürft ihr in eine dramatische Musik einfügen. Jetzt so in der nächsten... Öffnet jetzt so eine Etappe. Also in euren Explorer und tut eine traurige Musik rein. Okay, ich hab's verkraftet. Der Arme. Okay, Tränen wegwischen von den Augen. Ich hab da echt mal ein paar Tränen drauf. Unglaublich. Unglaublich. Okay, okay, jetzt. Jetzt wieder zurück. Gut, ich glaube, es ist nur noch dieser Typ da, ne? Ja, 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 ja. Es ist nur noch dieser Typ da, genau. Töten dürfen wir den leider nicht, weil er kein Terrorist ist. Aber wir dürfen ihn immer noch niederschlagen. So, jetzt ein bisschen leiser. Hier ein kleiner Quick-Safe wieder. Ah, nicht da hoch. Ich töte dich nicht, keine Angst. Hä? Da oben ist noch einer. Nein! 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 Haben wir uns verseistated? Bitte nicht. Ich will mich nicht verseisten. Ich will mich nicht verseisten. Nein, wir haben nicht. Was hat man so safe-stated? Hätte ich einen Tick früher oder zu spät gespeichert, hätte man jetzt die Kacke am Dampfen. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt total angepisst. Und ihr werdet sehr glücklich darüber. Puh, habe ich noch mal Glück gehabt. Ah, da ist ja noch einer. Sind hier alle, äh, 90% von den Terroristen sind hier in diesem Lagerhaus. Oder in diesem Gepäckträger-Dings. Wahrscheinlich tun sie dann ihre ganzen Giftstoffe da rein schmuggeln in die Koffer. Ach, Mensch, ich darf den nicht. Das sind drei. Ah, komm her. Das ist jetzt langsam und langsam. Langsam wird schwierig, aber nur langsam. Aber es sollte nicht so schwer sein, wenn ich sie hier ausschalte. So, wir müssen ja auch ein bisschen mit der Munition langsam sparen. Ach, nee. Und jetzt leckt Fraps auch noch. Er soll, dass ich gerade ein bisschen schweigsam gerade war. Ich bin jetzt hier voll bei der Sache. Das ist ein richtig schwieriger Punkt. Da muss ich mal ein bisschen schweigsamer sein. Damit alles glatt läuft. Okay. Gut, jetzt haben wir noch einen für unsere Sammlung an Körpern. Der Sammler ist halt ein richtiger Psychopath, der sammelt Körper. So, du kommst dorthin. Wenn es so weiter geht, haben wir hier fast jedes Personal hier storniert. Storniert, nee. Storniert heißt es nicht. Gelagert. So. Gut, noch mein kleiner Quicksave. Soll ich wieder ein paar Lichter ausschalten? Ja, ich glaube, dieses Licht hier ist sehr nervig. Da ist noch irgend so ein Licht. Ich möchte hier, nehme ich die Treppe rauf und da ist nämlich Licht. Aber wenn ich da hier reingehe, dann sehen sie mich. Deswegen möchte ich jetzt dieses Licht hier ausschalten. Da lege ich jetzt gerade einen totalen Wert drauf. Wo kommt das Licht her? Von da? Ja, genau. Na, Terrorist? Boah, der ist ganz rot. Der glüht vor Wut. Was hat denn der für'n... Der ist bestimmt hochkrank. Da ist noch ein Wachmann. Ich möchte den jetzt mal runterlocken. Aber anscheinend tue ich nur den hier aufmerksam auf mich machen. Abknallen darf ich den leider nicht. Ich könnte mich ja die Treppe hochschleichen. Aber da ist eine Lampe, die sollte ich vielleicht noch ausschalten. Ja, genau so. Oh, unsere Pistole ist jetzt gleich leer. Weil wir die gerade so viel benutzen. So, jetzt. Okay. Komm her. Komm zu Papa. Ah. Ah, jetzt komm. Nein. Lass jetzt die falsche Richtung. Nein. Nein. Ihr sollt runterkommen. Kommt runter. Auffälliger geht's doch nicht mehr. Ich merke nicht, dass ich hier unten bin. Hallo, selbst ein Tauber würde jetzt vermuten, dass ich hier unten bin. Hallo, kommt die Treppe runter. Blöder Polizist. Oder Wachmann. Whatever. Einer von den beiden soll jetzt runterkommen. Ach. Die wollen nicht runter. Weil sie so blöd sind. Okay, dann warten wir mal, bis sie sich wieder abriggert haben. Ich trinke dabei ein Schlückchen. Moment. Ah, okay. Ich glaube, die mögen sich. Die sind ständig beisammen. Der Terrorist und der Wachmann. Hm, da könnte man eine Fernsehserie darüber machen. Heute beide. Der Terrorist und der Wachmann. Heute? Ein seltsames Pfeifen. Ach, Mensch. Haben sie sich jetzt beruhigt? Okay, speichern mal und riskieren es mal. Oh Gott, da kommt der Terrorist. Da kommt der Terrorist. Jetzt kann ich ihn abknallen. Jetzt kann ich ihn abknallen. Da ist niemand. Da ist niemand. Ich habe freie Bahn. Oh, geil. Ah, perfekt gelöst. Tasche. Datastick. Würde mich interessieren, was der da so geschrieben hat. Moment. Daten. Datastick. Behalte es für dich. Ich möchte nicht, dass Saus mich für nutzlos hält und als Ballast über Bord wirft. Ich habe das Gefühl, auszubrennen. Fühlst du dich okay? Dieses Serium macht mich wahnsinnig. Einige der Jungs schwitzen ganz schön. Wir alle haben dasselbe Serum bekommen. Oder? Ich mag mir gar nicht vorstellen, was das echte Virus anrichtet. Okay. Okay, wir haben ihn erschossen schon. Das heißt, wir müssen ihn nicht mehr extra abknallen, aber jetzt müssen wir ihn noch verstecken. Inklusive den Kopf da hinten. Dürfte hier ja nicht allzu schwer sein, weil hier ist es eh schon sehr dunkel. Auslack sterben jung, meine Welt ist dunkel. Ich würde sagen, hier ist ein guter Ort für den. Natürlich könnte ich jetzt auch den zu unserer Sammlung hinzufügen, aber ich glaube, das würde euch ein bisschen zu langweilig werden, wenn ich hier ständig den Körper da alle hinbringen würde zu diesen Punkten. Ja, deswegen suche ich mir jetzt einen neuen Punkt und zwar hier. Airport Police. Okay, das ist kein Wachmann, sondern ein Polizist. Aber das kann man auch beides sein, ne? Man kann ja auch ein Polizist sein und ein Wachmann. Das ist ja nicht allzu abwegig. Gut. Nochmal ist es speichern und weiter geht's. Das können wir in mehrere Richtungen gehen. Ich schau mal nach, wo es hier lang geht. Okay, hier ist so ein Alarm-Dingens. Da hätten die Alarm gegeben, wenn wir entdeckt wurden. Hier ebenfalls. Was ist das? Hat er seine Mütze verloren? Oh Gott, da ist ein Beweismittel. Hier ein Beweismittel. Hä? Ach verdammt, jetzt habe ich ein Ding verschwendet. Scheiße. Naja, egal. Kann ich die Mütze irgendwie aufsetzen? Wäre ganz lustig, so Sammits von der Polizisten-Mütze. Hehehe. Ah, Medikids. Gut. Aber ich muss mich, äh... Ich muss zugeben, ich kann mich null an diese Stelle erinnern, dass es hier so einen Hangar gab. Oh. Hier waren wir schon. Sowas. Laufen wir jetzt im Kreis oder... Keine Ahnung. Oder hat der Sam Schlaf gewandelt und die jetzt also umgebracht, damit wir es jetzt nicht mehr machen müssen? Da ist noch immer ein Terrorist unterwegs, Fischer. Wir haben keine Wahl. Sie müssen sterben. Hä? Was? Wo? Wo denn? Der ist down? Der sieht mir nicht nur am Terroristen aus. Vielleicht geht's hier ja noch weiter. Sie haben dich mit dem Durchleuchtungsgerät erfasst. Das bedeutet Alarm. Ups. Die Mission ist vorbei. Hehehehehehe. Mensch, dieses Spiel, das hält Überraschungen bereits. Das ist unglaublich. Also gut, nochmal. Ich hoffe, der ist nicht am Anfang der letzte Terrorist, den wir übersehen haben, weil sonst müssen wir die ganze Scheiße normal machen. Und das wäre ja sehr ein... ein richtiger Scheiß-Abfuck. Okay, dann schauen wir mal. Taser. So, ist hier was? Nee, hier ist nichts. Vielleicht ist das Sam selber ein Terrorist und der weiß es bloß nicht. Könnte ja auch sein. Man weiß ja nie. Hier ist wieder die Tür zu unserer... Ah! Da ist er ja. Nein, das ist der falsche Körper. Das ist der wrong Körper. Moment, jetzt müssen wir hier ein bisschen Körper wirtschaften. So, das ist der richtige. Du musst sterben. Und tschüss. Gute Arbeit, Fischer. Gut, wieder ein Save. Und wieder alle in die Ecke. Einfach mal so, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Mann, ich bin froh, dass der Körper nicht am Anfang war, weil sonst hätte ich das ganze Level nochmal inscreen machen müssen. Das wäre ein richtiger Abfuck. Ich muss mir angewöhnen, die Körper jetzt alle zu kontrollieren. Und zwar immer bis zum Ende des Spiels. Gut, ich mache hier wieder einen großen Save. Ich glaube, das war ein richtig guter Ortssetscher. 1 Punkt. Ja, da ist Level 3. Speichern. Okay. Und es geht weiter. Ich hoffe, das läuft jetzt noch alles unsynchron. Ich habe ja schon geschaut, ob es unsynchron läuft. Also müsste demnach nicht unsynchron laufen. Weil es total scheiße formuliert, aber es ist so. Dieses Licht ist sehr bedrohlich. Muss weg. Gut. Hier sind wieder die Gepäcke. Ist hier jemand? Nein, hier ist keiner. Okay. Hier können wir nicht durch, weil hier diese Alarmsensoren sind, die uns dann erwischen, wie vorhin. Naja, ich verfolge einfach mal. Ich lasse mich einfach mal laufen lassen. Oh Gott, ich hoffe. Nein. Aber auf der anderen Seite ist doch keiner, oder? Naja, da ist auch einer. Aber hier ist es dunkel. Moment, ich riskiere es einfach. Ich bin kein Terrorist. Okay, ist auch keiner. Hallo. Die Mission ist gelaufen. Scheiße. Ja, ist ja gut. Die mir haben gleich so einen fetten Aufwand. Äh, Aufwand. Aufstand. 6080. Aufwand im... Aufwand für Handelswaren. Oh Gott, Rechnungswesen. Oh. Ich hab keinen Bock auf Rechnungswesen in der Schule, muss ich zugeben. Das ist so komplex alles. Das ist krank. Ein Fehler und man hat die ganze Rechnung am Arsch. Das ist das Rechnungswesen. Falls ihr nicht wisst, was das ist. Oh, Mann. Hm. Wie kommen wir jetzt da vorbei? Wir haben zwei Wege. Einer ist dunkel, einer ist ein bisschen hell. Ich glaub, hier muss es hin. Das müsste der richtige Weg sein. Aber hier ist Licht. Das Licht muss weg. Sehr schön. So, also, langsam. Leise. Ich muss hier nochmal speichern. Schhhhhhh. Nicht bewegen. Ihr müsst auch leise sein, sonst merkt ihr uns. Leise. Ganz leise. Ich glaube, deine Hilfe, Terroristen. Schöne zwei Fischer. Da kommt noch Licht von drin rein. Wir können es noch nicht machen. Ähm. Ich hab keine Ahnung. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber ich bin so schlau. Ich weiß, wie wir vorbeikommen. Ganz einfach. Ganz einfach. Auch so, als würde ein kleines Kind kommen. Ernsthaft jetzt. Und zwar, machen wir einfach das hier. Ist doch gar nicht so schwer, oder? Wir verstecken uns hinter ein paar, ähm, ja. Hinter ein paar Gepäcken. Das ist die sicherste Methode, die es gibt. So, mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Okay, der merkt gar nichts. Selbst wenn man pfeifen, merkt er nichts. Boom, bots. Okay, quick save. Terrorist war er nicht? Nee, war er nicht. Gut. Gut, aber jetzt können wir nicht mehr zurück. Okay, ähm, jetzt müssen wir, glaube ich, hier lang. Ich hoffe, da ist auch keiner. Kommt, wir dürfen jetzt da nicht reingehen, sonst verlieren wir. Ganz langsam und vorsichtig. Ist hier jemand? Da ist jemand, ne? Ja. Natürlich. Warum sind da immer ein paar Leute, die da kontrollieren? Okay, er schaut weg, 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 er schaut weg! Ah! Kevin, was machst du für einen Scheiß? Alter! Ah, ich muss lachen, das war gerade... Oh Gott, das ist... Ah, Adrenalin pur. Aber, äh, ich schaue mal nach, ob er ein Terrorist ist. Moment. Ah, das war so geil. Okay, er ist kein Terrorist. Ach, schön! Dieses Spiel ist echt... Oh, lustig. Lustig, lustig. Ach, schön, das Spiel macht mir jetzt gerade richtig Spaß. Boah, ich dachte, der erwischt uns jetzt, aber... Ah, super! Ach, schön, ich bin jetzt... Ah, schön, ich hab jetzt richtig Lust auf uns zu spielen. Auch wenn es das letzte Level ist und es das asozial ist, das Level. Aber es macht Spaß, aber ja, Spaß vergeht mir jetzt auch. Das ist der allerletzte Abschnitt, Leute. Das weiß ich auswendig, weil ich früher immer gecheatet habe. Und immer hier bei diesem Abschnitt dann, äh, am Schluss war. Das ist hier der letzte Abschnitt in diesem Let's Play. Gut, dann schaue ich noch einmal nach, ob die Aufnahme korrekt ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und spielen das Spiel vielleicht sogar durch, wenn ich noch genug Speicherplatz oder Lust habe. Momentan habe ich sehr viel Lust. Nach diesem Punkt, was ich gerade eben gemacht habe. Ach, das war so lustig. Ich glaube, das schaue ich mir tausendmal in der Wiederholung an, weil es so geil war. Ähm, ja, bis gleich. Dann spielen wir das Spiel durch. Ach, besser kann es gar nicht mehr kommen. Die Aufnahme war sehr synchron. Also, ich kann nicht meckern. Oh Gott, diese Stelle von... Moment. Ist das der letzte Abschnitt? Ich glaube... Ich schaue mal nach. Das ist der letzte Abschnitt. Scheiße. Da ist einer. Oh Gott, diese Stelle... Ich glaube, beim ersten Mal durchspielen habe ich da eine Stunde an dieser Stelle. Kein Witz, eine Stunde war ich an dieser Stelle. Weil hier überall noch andere Leute waren, die ich nicht ausschalten konnte. Aber ich habe einen Plan. Der hier... Der hier, der ist ja momentan sehr alleine, ne? Und die anderen schauen ja total woanders hin. Ich probiere es mal. Gut. Jetzt müssen wir schnell sein, bevor der wiederkommt und uns ertappt. Er darf nicht hinschauen. Er darf nicht zu uns hinschauen. Er darf es einfach nicht. Gut. Das ist ja schon mal ein super Anfang. Den ersten Körper haben wir schon mal. Okay, und es ist anscheinend ein Terrorist. Oder? Ist es ein Terrorist? Ich schaue mal nach, weil das sieht mir ziemlich nach Terrorist aus. Kann auch sein, dass ich es mir nur einbilde. War es ein Terrorist? Ich weiß gar nicht. Okay, es war kein Terrorist. Okay, dann lass mal. Hätte sein können, weil der ist ein bisschen rot, ne? Haben wir den jetzt getötet? Ne, haben wir nicht. Oder? Oh, ich glaube, den haben wir jetzt getötet. Wir haben einen Zivilisten getötet. Scheiße. Egal, ist nicht so wichtig. Oder? Lebt er noch? Ne, er lebt noch. Okay, wir haben keinen Zivilisten getötet. Ich dachte schon, der Sam, der ist ein kaltblütiger Killer. Ne, ist er ja auch, aber... Wo sind die anderen jetzt? Okay, ähm... Gehen wir mal dorthin, auf dieses Laufband. Was steht da? Sind jetzt die Flüge, oder? Paris Springs. Oakland. Und den Rest kann ich nicht lesen. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße. Die Terroristen haben Alarm geschlagen. Oh man, ich dachte schon, wir haben den jetzt. Ich sag ja, dieser Punkt, der hat's in sich. Den sollte man auf keinen... Auf keinen Fall unterschätzen. Warum kann ich das nicht ausknipsen? Warum kann ich das nicht ausknipsen? Das geht doch. Das kann ich angehen. Och Mensch, okay. Flugzeug. Aber das kann ich ausknipsen. Auch nicht. Äh. Scheiß Flughafen, da ist alles so sicher. Die letzten Level, sie sind immer so an Orten, wo keiner einbrechen sollte oder sein sollte. Das hat uns vorhin verraten, dieses Schild. Welches wir nicht ausknipsen können. Ich hab das Gefühl, da ist ein Zeitlimit drin. Ich muss mal für eine Sekunde weg. Kein Prüfung, da liegt sich was. Oh okay, das ist jetzt auch sozial. Sehr aussozial, wenn hier ein Zeitlimit drin ist. Unterstützung. Gott, steh uns bei, Fischer. Der Alarm bedeutet... Hä? Ich weiß jetzt mal ein bisschen und kontrolliere, ob hier ein Zeitlimit drin ist. Bitte, kein Zeitlimit. Bitte, Ubisoft, ich flehe euch an. Kein Zeitlimit. Kein Zeitlimit. Bitte. Ich hasse Zeitlimits in Splinter Cell. Bitte nicht. Ich muss mal für eine Sekunde weg. Kein Problem, ich passe hier auf. Kein Zeitlimit. Moment. Moment. Ja, sorry dass ich gerade so ruhig bin Ich bin gerade ziemlich aufgeregt und angespannt Also wirklich angespannt Haben wir das alles richtig gemacht oder haben wir jetzt einen übersehen Weil wir jetzt da reingegangen sind Jetzt können wir ja nicht mehr zurück gehen Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe inständig Dass hier kein anderer noch drin war Ich hoffe es Es wäre so asozial, wenn hier noch einer draußen wäre Ich hoffe, dass Ubisoft Ubisoft Dieses Level ist doch Wow Scheiße Invincible Kamera Na gut, dann können wir hier gleich kontrollieren, ob es hier auch noch kein anderer war Ich schau jetzt einfach nur, um zu schauen, ob da noch einer ist Schau dich doch mal an Ja, das war der letzte Wir haben diese Scheißstelle geschafft Ja Diese Scheißstelle, die haben wir hinter uns Ich kann ein Quicksave setzen Ja Ja Oh ja, ich spiele Spiel, oh Gott Oh Gott, Quicksave Oh, ich bin so froh Ich bin so froh und raste aus Ich bin so froh und raste aus Oh Gott Ich liebe dieses Spiel Ich liebe es Oh Gott Ich dachte, es wäre so asozial, aber Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich freue mich schon Ich freue mich Ich freue mich Ich freue mich nicht Scheiße Diese Kamera Ich glaube, hier lage ich auch sehr lange Ja, ich meine hier hang ich sehr lange An dieser Stelle, meine ich Ich habe das Gefühl, ich muss die Aufnahme langsam beenden Weil mir der Speicherplatz langsam ausgeht Ich brauche ja noch ein bisschen Speicherplatz Damit ich die ganzen Parts noch konvertiert rüberbringen kann Ähm, ja Ich glaube, dann Konvertiere ich jetzt da Und nach dem Konvertieren Spielen wir das Spiel durch Müsste ja nicht mal allzu lang sein Ich schaue mir ja erst mal ein anderes Let's Play an Um zu schauen, wie lange das Spiel noch geht Und dann spielen wir das Spiel In der nächsten Aufnahmesession Beziehungsweise im nächsten Part Oder gleich Je nachdem, wie ich es ändern muss Fertig Also dann, bis gleich Tschau Leute Oh Gott, wir haben diese Stelle geschafft Yay Okay, ciao